Liebe Gemeindeglieder, liebe Freundinnen und Freunde der evangelischen Kirchengemeinde Satteldorf, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Predigt Ihrer Pfarrerin Kirsten Huxel. Es ist die aktuelle Predigt zu diesem Sonntag, Judika, 29. März 2020. Unser heutiger Predigttext steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 12 bis 14. Jesus hat, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Liebe Gemeinde, in unserem heutigen Predigttext geht es um das Opfer, das Jesus stellvertretend für die Menschen am Kreuz erbringt. Und es geht um unsere Nachfolge, in der wir uns bereit finden, seinen Weg der Stellvertretung für andere mitzugehen. Es geht also um Opfer und Stellvertretung. Würden wir nicht in einer Ausnahmesituation wie jetzt in der Corona-Krise leben, dann würden wir uns diesem Thema wohl in einem historischen Anlauf nähern. Wir würden nachzeichnen, wie der Hebräerbrief das Selbstopfer Jesu als eine grandiose Ablösung der mosaischen Kultgesetze versteht. Jesus wird darin als Opfer und Hohepriester zugleich vorgestellt. Ein Mensch stirbt für das Volk, damit alle gerettet werden. Durch Jesus' Selbstopfer draußen vor den Toren Jerusalems sind fortan alle Kultopfer drinnen im Tempel unnötig geworden. In Jesus haben wir nicht nur das Opferlamm, das an die Stelle aller bisherigen Opfer tritt, sondern wir haben in ihm zugleich auch den ewigen Hohepriester, der als Fürsprecher bei Gott für uns eintritt und die Sünde stellvertretend sühnt. All dies hätten wir unter normalen Bedingungen ausführlich dargelegt. Doch bei aller historischen Auslegung wäre uns die Rede von Opfer und Stellvertretung wahrscheinlich dennoch merkwürdig fremd geblieben. Opfer. Klang das nicht bisher wie ein Nachhall aus längst vergangenen Zeiten? In Tagen wie diesen erhält dieses Wort jedoch einen ganz neuen Klang. Insbesondere junge Menschen verstehen gegenwärtig vielleicht häufig zum ersten Mal richtig, was es heißt, Opfer zu bringen. Und auch was Stellvertretung meint, wird uns in seiner Bedeutung neu bewusst. Stellvertretung, das heißt, aus Liebe für andere Menschen Ungemach und Leiden auf sich zu nehmen. Auch wenn unser Handeln Nachteile für uns selbst bringt, sind wir aus Verantwortung bereit, die Konsequenzen zu tragen. Damit wir andere schützen, damit wir Menschenleben retten, damit wir Personen entlasten und unterstützen. Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, den tiefen Sinn von Opfer und Stellvertretung wieder ganz neu zu entdecken. Kinder denken an ihre geliebten Großeltern, die sie nicht verlieren wollen. Erwachsene denken an Freunde, die sie schützen wollen in diesen Tagen. Nachbarn denken an andere Nachbarn. Junge denken an Alte, Gesunde an Kranken. Viele Menschen fühlen sich in dieser Krise bewusster als sonst miteinander verbunden. Und so befinden wir uns gerade mittendrin, in einem riesengroßen Experiment, an dem Millionen Menschen gemeinsam versuchen, eine große Solidargemeinschaft zu bilden. Man hört auch von Negativbeispielen, von rücksichtslosen Verhalten. Aber man hört noch viel mehr von Ernsthaftigkeit, Hilfsbereitschaft und Solidarität. Es ist für viele einfach, selbstverständlich mitzumachen und an einem Strang zu ziehen, um gemeinsam, so unbeschadet wie möglich, durch diese Krise zu gehen. Man mag sich freilich besorgt ausmalen, dass diese Solidarität bröckeln könnte, wenn der Ausnahmezustand länger andauert. Dass der soziale Frieden gefährdet sein könnte, wenn die Stimmung im Land irgendwann kippt. Damit dies nicht geschieht, sondern unsere Solidarität einen langen Atem behält, müssen wir leidensbereit sein. Das jedoch geht nur, wenn wir in der Lage sind, dem Leiden einen Sinn einzuräumen im Leben. Und wenn wir zugleich leidensfähig genug sind, die Unannehmlichkeiten und Einschränkungen zu erdulden, die wir uns gerade selbst auferlegen. Erdulden heißt Geduld haben und nicht vorschnell den Mut verlieren. Dem Leiden einen Sinn einräumen, leidensfähig sein, opferbereit sein, das sind Worte, die mir persönlich nicht leicht von den Lippen gehen. Denn sie wurden in unserem Land schon oft heimtückisch eingesetzt, um Menschen im Namen falscher Ideologien ins Unglück zu stürzen. Sie haben darum gerade in Deutschland keinen unbeschadeten Ruf. Opfer bringen für das Vaterland, für den Endsieg oder die Partei. Damit haben wir in der deutschen Geschichte erschreckend negative Erfahrungen gemacht. Daher sind wir in einer freiheitlichen Demokratie auch sehr zurückhaltend, damit an die Leidensfähigkeit und Opferbereitschaft von Menschen zu appellieren. Die Politiker tun dies derzeit auch eher vorsichtig, um nicht den falschen Eindruck zu erwecken, es ginge in den gegenwärtigen Maßnahmen um eine totalitäre Beschneidung unserer Freiheitsrechte. Nein, es geht vielmehr um Schutz, Vorsicht und Rücksichtnahme. Doch nicht nur in politischer, auch in religiöser Hinsicht ist uns heute die Rede von Opfer und Leiden eher suspekt. Wir hören es mit Misstrauen, wenn man etwa in der Seelsorge davon spricht, dass Leiden einen Sinn haben könnte. Wir haben uns stattdessen daran gewöhnt, Leiden als sinnlos zu betrachten. Wir reden zwar vom Leiden Christi, aber das Leiden der Nachfolge steht bei uns nicht hoch im Kurs. In unserer berechtigten Abwehr leidensverherrlichender Tendenzen in unserer christlichen Tradition haben wir es beinahe verlernt, uns überhaupt noch in konstruktiver Weise auf Leiden zu beziehen. Wer aber Leiden generell als sinnlos betrachtet, der muss es unter allen Umständen entweder verhindern oder zu leugnen versuchen. Wenn es mit beidem jedoch nicht so recht klappt, wird man auf Leiden ausschließlich wütend oder trotzig reagieren. Man wird einen Schuldigen suchen für das Leiden. Und wenn man keinen Schuldigen findet, wird man einen Sündenbock hernehmen, um seine Wut abzureagieren oder trotzig gegen Gott rebellieren. Diese Wut gegen das Leiden ist zwar verständlich, aber aussichtslos. Denn das Leiden ist da und gehört zum Leben. Es geht keineswegs darum, das Leiden zu verherrlichen. Aber es geht darum, das Leiden unter bestimmten Bedingungen anzunehmen und ihm einen Sinn und Platz im eigenen Leben einräumen zu können. Dann kann aus dem Leiden sogar eine Kraft erwachsen, die nicht destruktiv ist, sondern konstruktiv wirkt. Eben das ist gemeint, wenn wir vom Weg der Nachfolge sprechen und davon, das eigene Kreuz zu tragen, wie Jesus. Oder wie es in unserem Predigtext heißt, Jesus hat, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Wir sind nicht auf der Welt, um das Leiden unter allen Umständen unbedingt zu vermeiden. Es kann viel mehr Lebenslagen geben, in denen es geradezu geboten ist, Unannehmlichkeiten und Leiden auf sich zu nehmen. Um der Liebe willen, um der Gerechtigkeit willen, um der Wahrheit und des Glaubens willen. Es ist eine höhere Stufe der Menschlichkeit erreicht, wenn Menschen nicht allein auf ihr eigenes Wohlergehen bedacht sind, sondern sich auch um das Wohl anderer kümmern. Wenn sie Gutes tun und mit anderen teilen, heißt es in Hebräer 13, 16, dann sind das Opfer, die Gott wohlgefallen. Es ist eine höhere Stufe der Menschlichkeit, wenn Menschen treu sind in der Liebe. So wie Christus treu ist in der Liebe zu uns am Kreuz. Er, der spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Es ist diese Treue, die Jesus uns vorgelebt hat. Sie ist es auch, die uns bereit macht, selbst Opfer zu bringen. Ohne diese Treue wird es in den nächsten Wochen nicht gehen, wenn unsere Solidarität einen langen Atem braucht. Die Treue muss einspringen, wenn diese Ausnahmesituation vielen unter uns richtig viel abverlangt. Etwa, weil sie die Einsamkeit der sozialen Distanzierung hart spüren oder weil sie wirtschaftliche Existenzsorgen quälen oder weil sie unermüdlich um das Leben von Menschen kämpfen und dafür sogar ihre eigene Gesundheit riskieren. Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik viel über Stellvertretung nachgedacht. Wir Menschen leben in Beziehungen, wir gehen Bindungen ein und diese Bindungen müssen sich in guten und schlechten Zeiten bewähren. Bonhoeffer hat in der Stellvertretung sogar die Grundstruktur allen verantwortlichen Handelns erblickt. Er sagt, dass Verantwortung auf Stellvertretung beruht, geht am deutlichsten aus jenen Verhältnissen hervor, in denen der Mensch unmittelbar genötigt ist, an der Stelle anderer Menschen zu handeln. Also als Vater, als Staatsmann, als Lehrmeister. Der Vater handelt an der Stelle der Kinder, indem er für sie arbeitet, für sie eintritt, kämpft, leidet. Stellvertretung und also Verantwortlichkeit gibt es nur in der vollkommenen Hingabe des eigenen Lebens an den anderen Menschen. Nur der Selbstlose lebt verantwortlich. Und das heißt, nur der Selbstlose lebt. So Bonhoeffer. Solche Hingabe hat Jesus in vollkommener Weise gelebt. Seine Form der Stellvertretung kann allerdings nicht die unsere sein. Und doch hat auch unsere Nachfolge mit Hingabe und mit Stellvertretung zu tun. Gerade dann, wenn Menschen nicht für sich selbst sorgen können oder unvernünftig agieren und nicht zurechnungsfähig sind, haben sie unser stellvertretendes Handeln nötig. Diese Stellvertretung ist Fürsorge für andere. Aber sie schließt immer auch Selbstsorge für die eigene Person ein. Denn ein Missbrauch von stellvertretendem Handeln liegt vor, sobald das Pendel in zweierlei Hinsicht ins Extrem auszuschlagen droht. Entweder, wenn Hingabe als völlige Selbstlosigkeit verstanden wird oder wenn Stellvertretung ausartet in selbstherrliche Tyrannei. Stellvertretung ist nicht mit einem Helfersyndrom zu verwechseln. Verantwortlich ist allein derjenige, der klug und nachhaltig handelt. Wer die Kosten überschlägt, wenn er einen Turm baut, sagt Jesus. Wer sich also nicht von Anfang an überschätzt, kopflos ein Projekt startet oder nicht einhaltbare Hilfsangebote macht. Auch gegenwärtig ist kein kurzfristiger Aktionismus angesagt, sondern ein umsichtiges Vorangehen, das einen langen Atem behält. Es wird uns dabei immer wieder Mühe und Überwinden kosten, die altbekannten Gewohnheiten zu verlassen und Neuland zu betreten. Gerade wenn uns Traditionen lieb geworden sind, fällt es schwer, aufzubrechen. Doch auch dazu macht uns der heutige Predigtext Mut, indem er daran erinnert, dass unser Leben nie Stillstand ist, sondern ein ständiges Weiterschreiten. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Bis zum letzten Atemzug lernen wir etwas dazu im Leben. Viele unter uns haben sich aufgemacht in diesen Tagen, um einen Schritt vorwärts zu gehen. Homeoffice wird gerade flächendeckend in den Betrieben eingeführt. Digitales Lernen bestimmt den Wochenplan der Schülerinnen und Schüler daheim. Ganz viele von uns arbeiten sich jetzt in neue Kommunikationsmittel ein, um die sie bisher einen weiten Bogen gemacht haben. Sie alle nutzen die Zeit, um geistig rege zu sein und sich weiterzuentwickeln. Auch hier gilt, wer vorwärts kommen will, der muss leidensfähig sein. Denn es gibt manche inneren und äußeren Hindernisse zu überwinden. Die Welt, in die wir gehen, wird eine andere sein als die Welt, die wir kennen. Jeder von uns hat es ein Stück in der Hand, ob es eine bessere Welt sein wird. Eine Welt, in der wir bewusster als bisher füreinander Verantwortung übernehmen. dass uns dies gelingt, dazu verhelfe uns Gott in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten, wie unser Herr Jesus es uns gelehrt hat. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen hören wir das Wochenlied Holz auf Jesus Schultern auf der Klarinette von Martin Burg. Danach spielt uns das Musikteam Jochen und Peter Ziegler das Lied Ich will an dich glauben. Dann verabschieden wir uns von Ihnen bis nächsten Sonntag Palmsonntag mit den Glocken der Nikolauskirche Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ich glaube doch mein Glaube zerbricht das Leben überfordert mich schlicht die Lehre schafft nicht immer mehr Raum was alt gab kommt mir vor wie ein Traum hilf mir doch halte mich ich will an dich glauben und kann es auf dich hilf mir doch halte mich hier will ich vertrauen denn du bist meine Zuversicht oh 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 ich suche nach Gesundheit und Glück und bleibe oft nur ratlos zurück ich sehe so Will und Gleichheit hier und weiß doch dass wir gleich sind zu dir hilf mir doch halte mich ich will an dich glauben dann kann es auch nicht hilf mir doch halte mich hier will ich vertrauen denn du bist meine Zuversicht oh 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 ich hoffe ob die Hoffnung verfliegt und frage ob das Gute wohl siegt die Zukunft scheint auch dunkel und schwer ich biete bleibe bei uns und hör hilf mir doch halte mich ich will an dich glauben und kann es doch nicht hilf mir doch halte mich dir will ich vertrauen denn du bist meine Zuversicht oh 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 oh